Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin. Heute sprechen wir mit Martin Limbeck. Martin ist CEO der Limbeck Group, mehrfach ausgezeichneter Vertriebsexperte und Bestsellerautor. Die Presse nennt ihn der Brosche des Vertriebs. Und sein Motto ist, auf lange Sicht übertrumpft Fleiß immer das Talent. Martin ist in Essen als das Jüngste von drei Kindern geboren. Er ist ein echtes Kind des Ruhrgebiets. Sein Großvater war Steiger und sein Vater hat noch unter Tage Schweiße gelernt. Mit 13 Jahren zog Martin nach Hessen. Besonders geprägt hat ihn ein Austauschjahr in New Jersey im Alter von 16 Jahren, welches er mit dem amerikanischen High-School-Abschluss beendete. Danach hat er eine Ausbildung zum Groß- und Einzelhandelskaufmann gemacht, in einem Elektronikfachhandel. Und dann erarbeitete er sich mit seinem Vertriebstalent hoch und wurde einer der jüngsten Vertriebsleiter Deutschlands. Wechselte dann ins Vertriebstraining, gründete 1992 ein eigenes Unternehmen, dem Vorläufer der heutigen Limbeck Group. Und sein Unternehmen wurde ausgezeichnet. Mit dem halten Sie sich alle fest. Exzellenzberater, deutscher Mittelstand, Top-Job-Siegel des Zentrums für Arbeitgeberattraktivität, bester Arbeitgeber, NRW, doch great place to work. Mit dem großen Preis des Mittelstandes und Sonderpreis für Verkaufstraining. Mit dem europäischen Preis für Training, Beratung und Coaching im Bronze des BDVT. Mit dem internationalen deutschen Trainingskreis im Bronze des BDVT. Und als mehrfach ausgezeichneter Keynote-Speaker hielt Martin bereits Vorträge in mehr als 30 Ländern. Er hat sehr viele Bücher geschrieben, sodass es wirklich den Rahmen sprengen würde, alle zu nennen. Aber sein aktuellstes Buch, das ein Spiegelbestseller ist, heißt Dodo Land, uns geht es zu gut. Warum wir alle wieder mehr leisten müssen. Weckruf für Gesellschaft und Wirtschaft. Und Amazon verrägt ein weiteres Buch von ihm, erscheint dieses Jahr noch mit dem Titel Limbeck Unternehmer, das Standardwerk für erfolgreiches und Entrepreneurship. Martins Herz schlägt vereintracht Frankfurt. Er hat einen eigenen See und er ist stolze Besitzer von vier Königspudeln mit dem Namen Ego, Murphy, Major, Tom und Doc Watson. Zudem ist er offizieller Botschafter von Kinderlachen e.V., ein Verein, der sich für kranke und benachteiligte Kinder einsetzt. Und er unterstützt nicht nur diesen Verein, sondern ist aktiv dabei und besucht krebskranke Kinder zu Weihnachten. Fun fact zu Martin, als Junge hat er mal einen Angelwettbewerb gewonnen, weil er seine gefangenen Fische heimlich mit Bleistücken gefüllt hat und so schwerer gemacht hat. Bekannt ist er immer noch für sein Angeln, jedoch macht er das jetzt, so sagt er, legal. Amazon schreibt über Martin drei Worte, polarisierend, provozierend und motivierend. Das ist Martin Limbeck. Herzlich willkommen, Martin. Wow, 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 ich bin ja ganz rot geworden hier. Vielen, vielen Dank. Und in der Tat King Murphy heißt er. Und ich mache nicht nur krebskante Kinder, die ich besuche, ist mir nochmal wichtig, sondern mir werde ich was zurückziehen. Ich mache einmal im Jahr mit Marc, einem der beiden Gründer, Marc und Christian, auch ein Kidscamp, wo ich eben bedürftige Kinder eine Woche ins Zeltlager hole oder mit ihnen irgendwas mache. Und das ist mir einfach wichtig, denn das Leben hat es mir gut gemeint, wie man eben gehört hat. Und deswegen finde ich, muss sowas zurückgehen, weil ich nicht glaube, dass Politiker die Welt verändern werden, sondern wir selber, die Gesellschaft muss das tun. Genau, wir sind immer dabei. Man sieht ja, wenn man deinen Lebenslauf anschaut, Fische fangen ist ein Thema für dich. Das zieht sich doch dein ganzes Leben. Echte Fische und große Fische im Vertrieb auch. Was genau fasziniert dich am Angeln? Und mit welchen Ködern arbeitest du in beiden Bereichen? Ja, das ist eine gute Frage. Was fasziniert mich am Angeln? Ich bin ja eher so ein Mensch, put the paddle to the metal und beim Angeln kann ich halt tatsächlich runterkommen. Auch da ist natürlich viel Taktik gefragt, viel Feingefühl gefragt. Es kommt aufs Wetter an, es kommt auf die Tiefe an, es kommt auf den Köder an, der gerade im See geht. Du musst den See beobachten, wo stehen die Fische. Also es ist sehr viel mit Strategie zu tun. Genauso wie wenn du eben im Sales unterwegs bist. Wo ist deine Zielgruppe? Wer ist deine Persona? Wie es heute so schön heißt. Wie sprichst du die an über einen Online-Funnel? Sprichst du direkt an mit Telefonakquise? Denn ich glaube, im Moment haben wir ja so im Marketing und Sales den Trend, entweder das eine oder das andere. Und ich sage, du brauchst beides. Was hilft dir der beste Online-Funnel? Du kriegst also sogenannte Leads. Wir nennen es einfach Interessenten in Deutsch. Ja, und jetzt musst du mit denen telefonieren und musst immer noch eine gute Telefonkompetenz haben. Also beides hat seinen Weg aus meiner Sicht. Also Martin, bevor wir überstreiten zu dem Hauptthema mit dem Sales von heute. Dein Buchtitel ist schon sehr, sehr interessant. Dodo-Land. Uns geht es so gut, sagst du. Du sagst, dass wir wirtschaftlich gesehen flugunfähigen Dodos ähneln. Was meinst du genau damit? Naja, der Dodo war ein Saurier, der auf Mauritius gelebt hat, nicht fliegen konnte, sich von vergorenen Beeren ernährt hat, dadurch immer besoffen war. Vielleicht hat er es deswegen besser gehabt. Irgendwann kamen die Holländer, hatten Hunger. Der Dodo hat zwar nicht besonders geschmeckt, aber da der Dodo sich nicht gewehrt hat, war er halt irgendwann ausgestorben. Und die Metapher passt ganz gut. Dodoland, Deutschland. Ein Titel beim Buch ist ja neben dem Inhalt auch sehr entscheidend. Und ich glaube, und ganz interessant, Herr Reitzler hat sich ja vor zwei Wochen gemeldet wieder zu Wort in der Presse. Und immer, wenn er was schreibt, dann geht das viral. Natürlich eine ganz andere Strahlkraft und eine ganz andere Bekanntheit wie der Martha Limbeck. Es hat seine Frau hat witzigerweise mal ein Vorwort für mich geschrieben. Nina Ruge für nicht gekauft, hat er schon. Und da beschreibt er nichts anderes, was ich seit ungefähr zwei Jahren schreibe. Auch meine Zahlen, die ich in meinem Buch habe, dass wir nur noch 13 Millionen Menschen haben, die Werte schaffen, tauchen auf einmal in Polit-Sendungen auf und werden diskutiert. Und ich habe es halt aus Unternehmersicht geschrieben, wie du es auch gesagt hast, Anne, als Weckruf, denn ich glaube, wir leben von dem Wohlstand von gestern. Ich hatte gerade etwas, was auch sehr gutes Feedback zu bekommen hat. Die 13. ZDF-Diskussionsrunde ist die Gen Z-Foul. Das ist natürlich eine polarisierende Überschrift, da gibt es natürlich auch Ausnahmen, gar keine Frage. Aber ich war auf der Pro-Seite und ein paar Leute auf der Contra-Seite und da ist mir nochmal so klar geworden, da war ein junger Mann dabei, wirklich super auftreten, sehr sympathisch, journalistische Ausbildung und Schauspieler. Und nochmal, das meine ich wirklich nicht despektierlich, aber der ist so weit von meinen Unternehmern, die ich in meiner Mastermind-Gipfelstürmer-Coache, weg vom wahren Leben. Und das ist halt so, wer Kinder hier hat, ich weiß nicht, habt ihr zwei Kinder, Anne und Philipp? Ja, der kennt das. Unsere Kinder kennen halt keinen Mangel mehr. Und da ist halt alles da, da ist Wohlstand da. Auch ich habe da nicht alles richtig gemacht bei meinem 27-Jährigen. Ich bin ganz happy mit ihm von Manieren, vom Auftreten her. Und beim Fleiß, du hast vorhin gesagt, denke ich mir, da könnte er manchmal auch noch ein bisschen zulegen. Und diese Generation, glaube ich, hat, ich habe es gerade gestern mit einem Kunden gehabt, der zum Essen da war, zum Abendessen da war, da habe ich gesagt, wir zwei haben einen Fehler gemacht, der ist 52, ich bin 55. Wir haben unser Leben lang Vollgas gegeben, um was zu erreichen, weil wir aus Mangel kamen. Unsere Eltern hatten mich, du hast eben gesagt, Opa Steiger, ich hatte eine solide Kindheit. Ich kann es auch nicht sagen, dass es mir schlecht ging. Es war Essen, Trinken, Urlaub, alles da, Campingplatz, ich liebe Campingplatz auch heute noch. Und der hat halt schon gelernt, Business Class America zu Convention, zu NSA, zu National Speakers Association zu fliegen. Selbst schuld, weil ich Business fliege, es sieht ein bisschen blöd aus, wenn du deinen Sohn hinten in die Echo sitzt und du selber machst, aber ich kann mich an die Diskussion erinnern. Ich flog mit ihm zusammen dorthin, er eher zurück und für ihn habe ich dann Echo zurückgebucht. Und er sagte, du Papa, verstehe ich nicht ganz, da war er 13, war ein tolles Verkaufsgespräch, warum fliege ich hin mit dir Business und zurück Echo? So, und dann stehst du da und darfst schön argumentieren als Verkaufs. Experte. Und dann habe ich ihm das erklärt, eben, weil ich es finanziere und kann und wenn er mit mir fliegt, ist es eine andere Situation, als wenn er alleine fliegt. Hat er dann auch genommen, gefallen hat es ihm natürlich nicht, ist auch klar. Und das ist halt einfach so. Und ich glaube, wir fahren dieses Land gerade sehendsten Auges erstmal gegen die Wand. Wir werden nicht untergehen, um Gottes Willen. Aber wir werden besondere Zeiten bekommen, denn das, was die Babyboomer als letzten Satz vielleicht noch betrifft, die haben wir in allen Bereichen und viele haben wir noch gar nicht realisiert, in den nächsten 15 Jahren gehen 60% aller Hausärzte in Rente. Ja. Also wir haben nicht nur den Fachkräftemangel überall, sondern auch das wird ein Thema werden. Unser Gesundheitssystem ist kurz davor zu kollabieren. Ich meine, Rente haben wir ja nicht, das ist ja eine große Lüge. Denn viele Rentner gehen ja mit viel zu wenig nach Hause, können ihr Leben davon nicht ernähren. Wenn wir immer früher von amerikanischen Verhältnissen gesprochen haben, haben wir sie schon lange. Und mein Eindruck ist oft, aber es kriegt keiner irgendwie mit. Keiner macht irgendwie was. Wir sind von Not zu Elend gelangt in der Politik, beim Kanzler oder von der Notkanzlerin in den Elendkanzler, der auch irgendwie nicht stattfindet für mich. Da werden Diäten erhöht und Callcenter-Mitarbeiter verdient, der von einer Politik ist eine Million Euro. Da läuft vieles schief. Also als Unternehmer triggerst du mich natürlich auch mit solchen Aussagen. Ich habe eine ähnliche Philosophie, dass ich mich ungern auf andere verlasse, sondern einfach mein eigenes Ding mache, meinen eigenen wirtschaftlichen Erfolg und gesellschaftlichen Erfolg auch in die Hand nehme. Wenn man da mal den Bogen spannt zu dem Leitthema hier in unserem Podcast, wir reden viel über Skills, über Haltung, über Einstellung. Ist es denn etwas, dass man lernen kann? Also auch diese Disziplin, dieses, also ich habe mein Unternehmen über die Bootstrapping-Methode hochgezogen. Ja, sehr, sehr langer Atem. Das hat mir aber keiner gezeigt, sondern das habe ich gemacht, weil ich davon überzeugt bin. Glaubst du, dass wir in diesem Land auch wieder, sagen wir mal, solche Kardinalstugenden auch mal wieder vermitteln müssen und auch aus Skills-Sicht in den Mittelpunkt stellen müssen, um aufzuzeigen, wie man was schaffen kann, ohne immer, dass da irgendwie, keine Ahnung, auch vielleicht Venture Capital oder irgendein Business Angel hinter dem Rücken steht, sondern dass man halt selber eigenständig etwas tut. Ich glaube da total dran, ja. Wenn du mal siehst, auch das ist ja eine andere Situation. Wir nennen es heute Start-up-Grün. Früher haben wir uns selbstständig gemacht. Früher sind wir zur Bank gegangen, mussten einen Businessplan machen, um Geld zu bekommen, wenn wir es denn gebraucht haben. Heute ist halt so unfassbar Geld da drin und jeder hier im Podcast, der schon mal sich mit Start-up-Szene beschäftigt hat, kennt das. Also nehmen wir mal so eine Investment Company oder ein paar Private Equity Leute, die haben irgendwie so wie jetzt, ich habe gerade mit jemandem zu tun, 100 Millionen in den Ring geschmissen. Genau. So und jetzt sollen die da was aufbauen. Und am Ende aller Tage wissen die eben auch, als Beispiel jetzt von den 100 Millionen sind vielleicht 80 falsch investiert, aber 20 gut und es kommt vielleicht wieder ein Unicorn bei raus und das Geld hat sich rentiert. Und das wissen die ganzen Start-up-Leute auch. Wenn ich teilweise höre, da geht es gar nicht um Verkaufsskills, die sind nämlich ganz ruhig bei mir und sagen, ja Limber, ich habe hier eine Idee, aber ich kann nicht verkaufen. Aber irgendwie haben sie es doch geschafft zu verkaufen, nämlich Investoren mit Seed Money, Early Bird und was es nicht alles gibt, Geld einzusammeln. Ich hatte gerade jetzt erst wieder jemanden hier, die haben irgendwie 80 Millionen eingesammelt, brauchen aber nochmal vier, um das zum Fliegen zu bringen. Sagt noch mit breiter Brust, wir sind ja Limber, wir 80 gegeben, das gibt doch nochmal vier, das lassen die jetzt nicht scheitern, daran. Und das ist so eine LMA-Haltung und bei mir heißt LMA ja, lächle mehr als alle anderen. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, das würdest du mit eigenem Geld so nicht tun, ja. Und auch diesen Klassenkampf, den wir ja gerade führen, Reich und Arm und man muss den Reichen das wegnehmen. Ja, die Reichen haben dann auch irgendwie gearbeitet dafür oder die Unternehmer, was viele ja unterschätzen und da bin ich halt ganz gern Statistiker, wir haben 3,2 Millionen Companies, 1 bis 10 Mitarbeiter. Ja, das ist der Mittelstand, der größte Teil des Mittelstands, der Motor unserer Wirtschaft und da fährt nicht jeder einen Porsche und zieht sich eine halbe Million Jahresgehalt rein. Da kenne ich viele Unternehmer, die sich halt Jahren kein Gehalt zahlen, wirklich von der Hand in den Mund leben, um was aufzubauen, wie du eben gesagt hast, Bootstrapping, weil sie eben wissen, dass das ein Ultra-Ultra-Ultra-Marathon ist, so ein Unternehmertum. Und manche erst den Durchbruch oder Break-Even sind nach 10, 15 Jahren oder das erste Mal jetzt schwarze Zahlen schreiben. Nehmen den BVB, war gerade gestern veröffentlicht, weil wir gerade Fußball hatten irgendwie, weil ich bei Rot-Weiß war, da gehe ich auch noch ganz gerne hin, weil ich da ja geboren bin. Da haben sie jetzt veröffentlicht, dass die Zahlen rausgekommen sind, das erste Mal wieder eine schwarze Null geschrieben oder 9 Millionen sind übrig geblieben in Corona und davor Verluste eingefahren. Also ich will sagen, ja und Fußball ist wahrscheinlich jetzt kein gutes Beispiel, wird der ein oder andere sagen, bin ich dabei. Aber nur, weil ich es gestern so gelesen habe, ich kenne ganz viele Unternehmen, die halt wirklich am Existenzminimum leben als Unternehmer. Martin, du bist sehr, sehr lange in dem Bereich Sales unterwegs und es hat sich also vieles, vieles bewegt. Ist Next Generation Sales genauso unterschiedlich zu dem Sales, was wir früher gelernt haben oder siehst du vieles von dem, was man dann auch mitnehmen muss in die Zukunft? Das ist eine gute Frage und die ist auch, weißt du, das ist so wie Kaffeesatz lesen. Einer meiner Freunde ist Piero Micic. Wir haben die Tage noch länger miteinander gesprochen über die Zukunft und ich habe ihn bei einem Vortrag erlebt beim Club 55, wo ich ja auch im Vorstand lange war, mal Präsident war und heute noch Mitglied bin. Und ich glaube, eine Sache, da hat Piero recht und die sage ich auch schon lange aus dem Bauch heraus einfach durch Beobachten, aber er beschäftigt sich ja mit der Zugensforschung. Das, was in den nächsten fünf Jahren passiert, hat eine Strahlkraft von 100 Jahren. So, jetzt nimm den Sales. Früher hast du halt Karteikarten gehabt, du hast ein Telefon gehabt, du bist losgezogen und hast Dinge gemacht und Attacke. Und heute, das wird so schnell gehen an Robotik, die da kommt. Wenn du dir mal Boston Dynamics anschaust, Roboter vor fünf Jahren, heute, du hast keine Ahnung, was da kommt. Online-Octions, Veränderungsbereitschaft so schnell. Wir haben heute das Thema, dass die Menschen nicht mehr ans Telefon gehen. Arbeitsverträge werden unterschrieben, Menschen kommen gar nicht zum Arbeitsvertrag. Oder du machst mit jemandem Zoom-Call aus zum Kennenlernen, der ist gar nicht da oder vergisst dann, dass er im Urlaub ist. Also wir haben eine oberflächlichere Gesellschaft bekommen. Wir wollen alles automatisieren und digitalisieren. Und wie es so schön heißt, den habe ich irgendwann mal von einem Freund aufgeschlagen, you can't email and handshake. Das Persönliche wird am Ende bei erklärungsbedürftigen Investitionen bleiben. Aber wie es genau wird, welche Berufsgruppen überleben werden, welche weggehen auch durch JGPT, durch künstliche Intelligenz, das glaube ich kann heute noch keiner so richtig voraussagen. Ich hatte die Diskussion gerade mit Rechtsanwälten. Ein Freund von mir brauchte gerade AGBs, die haben wir mal mit JGPT gemacht, einen Anwalt drüber schauen lassen. Der hatte nichts auszusetzen. Brauche ich für so einen Standardvertrag noch einen Rechtsanwalt oder brauche ich den erst, wenn es vor Gericht geht? Also es wird es immer Rechtsanwälte geben, aber in welcher Form, um eine Berufsgruppe jetzt rauszunehmen? Wie viele PR-Agenturen brauche ich noch, wenn JGPT hervorragende Texte heute schreibt? Martin, ich würde gerne im Kontext von Sales mal auf so eine Grundsatzfrage kommen, die ich eigentlich immer schon mal einem Experten mit dir stellen wollte. Ich verfolge einfach auch als Unternehmer natürlich das mit Interesse und auch, was man irgendwie in Social Media so teilweise sieht. So tendenziell fängt es an, mich ein Stück weit auch immer mehr zu nerven, was da so alles, was man da so alles findet. Und das andere, was ich vielleicht auch nochmal hervorheben möchte, bin mir gar nicht sicher, inwiefern man Vertrieb so richtig lernen kann. Oder ob das auch ganz viel mit Mentalität und auch mit so einer gewissen Grund-DNA, mit so einer Bissigkeit zu tun hat. Und wenn ich dann teilweise so ein bisschen so diese Sales-Seminare sehe, wo dann irgendwelche Hausfrauen, Hausmänner hingekarrt werden, die dann da irgendwie Tschakka-Tschakka machen, wird aus denen dann wirklich so ein richtig guter Vertriebler, eine Vertrieblerin? Was sind da deine Gedanken dazu? Naja, schau, also du bist ja auch nicht als Taxifahrer, als Vierempfänger oder als Chirurg geboren. Ich glaube, alles ist lernbar. Natürlich gibt es ein paar Eigenschaften, wie bei jedem Beruf. Also ein Chirurg sollte Präzision mitbringen, wie ein Uhrenmacher. Der sollte eher ruhig sein, nicht hektisch sein. Und so gibt es halt eben auch Eigenschaften eines guten Verkäufers. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand zu irgendetwas geboren wird oder geboren wurde. Das glaube ich nicht. Natürlich kommt es auch wieder auf den Job an. Früher wurde es ja immer gesagt, ein extrovertierter, lauter Verkäufer, einer, der gut reden kann. Ich kenne ganz viele sehr introvertierte, gute Ingenieure, die super verkaufen, weil sie halt eher introvertiert sind, nur was sagen, wenn sie was zu sagen haben. Also deswegen, ich glaube, das kommt auf die Situation an. Aber natürlich gibt es ein paar Eigenschaften, die wir heute brauchen. Durchhaltevermögen, mit Ablehnung klarkommen, ein bisschen das Sales ein Marathon ist. Und das ist ja immer noch das für viele Sales und Shady Business ist. Das ist immer noch so der Türklinkenputzer, der Staubsaugerverkäufer oder der Versicherungsvertreter. Die Amerikaner nennen es so Shady Business. Und ich finde es einer der geilsten und ehrenwertesten Berufe der Welt. Ein sehr klares Statement, Martin. Also ehrenwerte Berufe haben mit Menschen zu tun. Was hat Google mit Sales zu tun? Naja, ich meine, Google hat so eine Macht mittlerweile, wenn du heute siehst, wie viele Leute Geld für Ads ausgeben. Ich hatte es gerade erst mit einem Kollegen, der mir Beträge zurief im sechsstelligen Bereich, die er jeden Morgen für seinen sogenannten Faddel ausgibt. Das ist schon krass. Musst du mögen, weil wenn Google am Tag morgen abschaltet, die Algorithmen wieder verändert, dann bist du ganz schön in den Popo gekniffen und dein Geschäftsmodell kann über die Wupper sein. Deswegen, ich habe ja auch einen Satz geprägt wie ähnlich, den du schon zitiert hast, liebe N, langfristig überholt der Fleißigmehrs Talent. Dokumentierte Abhängigkeit macht erpressbar. Und ich habe für mich irgendwann entschieden in meinem Leben, dass ich weder privat noch geschäftlich erpressbar bin. Auf keiner Position in meinem Unternehmen als Mitarbeiter oder auch privat nicht. Weil ich zwinge niemanden für, mit mir zu arbeiten oder mit mir privat zusammen zu sein. Und ich bin am Ende da sehr klar und sehr wahr und glaube, dass ich würde nicht nur auf ein Akquisepferd setzen. Deswegen haben wir eine hohe Kompetenz im Sinne von Social Selling. Auch da schon von Automatisierung, wo ich sage, da würde ich hingucken. Also bei manchen E-Mails, die du geschickt bekommst, siehst du ja, dass sie automatisiert zu einer sich keine Gedanken über dich gemacht hat. Davon rate ich ab. Ich glaube schon, dass es immer noch eine Individualität braucht. Und eben auch nach wie vor, ich liebe Telefon Terror Toni, den Song. Ich glaube, dass nach wie vor das Telefon gerade jetzt, wo alle es nicht mehr tun, einen Relaunch bekommt. Den Telefon Terror Toni, das finde ich ganz, ganz gut. Ich sitze öfters mal in vielen, vielen Online-Terminen, Martin. Und habe dann immer so vor mir das beste Buch, sage ich mal, an Gesichtern. Die manchen, die dann irgendwie E-Mails lesen, werden wir dann miteinander sprechen. Die anderen, die ein Gesicht haben, wie auf der Beerdigung, bis sie dann drankommen zu sprechen. Wie wichtig ist Mimik in der heutigen Zeit? Wir werden es wieder natürlich nicht bekommen hier, aber Teams arbeitet ja in Amerika dran. Nach Hackman oder hier in Deutschland, mein Freund, ist ja die Nummer eins für mich da mit Abstand. Dirk Eilert mit Mimik Resonanz. Ja, und das habe ich natürlich hier. Und du siehst ja auch, ich glaube, wir waren schon vor Corona sehr stark im Blended Learning unterwegs. Eine Online-Session war für uns jetzt kein Hexenwerk. Und haben natürlich dann nochmal aufgerüstet hier. Du siehst das ja mit Studio, ein bisschen Hintergrund und so weiter und so fort. Das ist ja kein Hexenwerk mehr. Keiner möchte ja mit diesem Scheming und den virtuellen Hintergründen, die alle gleich aussehen, in Anführungsstrichen großartig arbeiten. Liegt auch an deiner Bandbreite. Dann siehst du halt, Scotty, bitte beamen. Das hier ist gekommen, um zu bleiben. Remote Sales ist da. Auch ich hatte gestern ein Kennenlern-Meeting, da waren wir uns auch einig. Dafür fahre ich heute nicht mehr irgendwie nach Gütersloh oder nach München. Ich hatte auch eine Anfrage von einem großen Elektronikkonzern. Da sitzt der Setquoter in Wien und dann sagte die Leiterin Human Resources. Herr Limbeck, können Sie mal für eine Stunde zum Kennenlernen für unsere beiden Top-Manager kommen? Soll ich meine Tagessatz-Zahlenflug übernehmen? Gerne, aber ansonsten im Zeitalter von Teams oder Zoom würde ich empfehlen, wir machen das erste Kennenlernen eine Stunde online. Und wenn wir dann sagen, wir sind uns sympathisch und Sie sagen, Sie wollen was mit mir machen, dann komme ich auch gerne zum Kennenlernen nach Wien. Ich glaube, das hat schon einen anderen Wert bekommen. Oder wenn du eben Multipolares verkaufen hast, du hast ein Buying-Center, du kriegst Leute schneller mal auf eine halbe Stunde, Stunde Zoom, die verteilt sitzen als früher. Wann treffen wir uns am Flughafen? Zum nächsten Kick-Off, zum Meeting, wann kommen alle zusammen? Zum europäischen Meeting, wenn du das Internet-Sales-Geschäft aufmachst. Also das hier ist schon gekommen, um zu bleiben und da haben viele, wie ich finde, wenig gelernt. Also manchmal denke ich so, wenn ich hier Verkäufer sehe, mit denen ich auch zu tun habe, wenn ich in der Akquise bin oder Leute mir was verkaufen und dann dachte ich, krass, du hast aber auch noch kein Remote-Sales-Training mitgemacht. Von oben herab in die Kamera schauen, bis irgendwie keine Hose anhaben und nebenher essen, war schon sehr speziell alles. Sag mal, welche Rolle spielt heute wirklich noch das Produkt und die Dienstleistung? Also ist es am Ende des Tages… Wie früher schon, sie hat noch nie eine Rolle gespielt. Du verkaufst in erster Linie immer nur dich, Punkt. Weil mit dir verbindet dich das Produkt oder die Dienstleistung. In erster Linie verkaufst du immer dich als Persönlichkeit. Welche Unterschiede siehst du da zwischen B2B und B2C? Na klar, das ist jetzt schon so. Also gehe ich jetzt in den Laden rein und will mir einen Rasierer holen, weil ich meinen vergessen habe und die Verkäuferin an der Kasse ist unfreundlich. Dann kaufe ich den wahrscheinlich trotzdem und gehe. Bin ich jetzt im B2B unterwegs und ich möchte eine Maschine anschaffen für meinen Maschinenpark. Wenn ich Drehereibetrieb bin als Beispiel und der Verkäufer ist ein Honk, dann überlege ich vielleicht, ob ich den ich irgendwo beim Wettbewerb oder bei einem seiner Bewunderer kaufen kann. Also da mache ich schon einen Unterschied. Ich glaube, es liegt an der Summe, an Braurichtsgrade, Schnelligkeit, wie wichtig ist mir gerade eine Beziehung zu dem Verkäufer oder nicht. Und das ist im B2C genauso wie im B2B, weil, nehmen wir mal zum Beispiel, du gehst ein Auto kaufen als Privatmensch und der Verkäufer ist unfreundlich. Dann gehst du woanders hin, weil den Opel Adam kannst du bei fünf Händlern kaufen, als Beispiel jetzt. Es kommt, glaube ich, immer auf die Situation an, auf wie bedürftig bin ich, dass ich es gerade haben will oder wie gierig ich auch bin. Das, glaube ich, sind viele Faktoren. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, nach wie vor machen wir am liebsten Geschäfte mit Menschen, die uns sympathisch sind. Martin, wir haben vorhin über Google gesprochen. Ich möchte mal die Brücke schlagen, ein bisschen in den Social-Media-Kontext. Ich bin auf LinkedIn sehr aktiv. Wir bekommen da jeden Tag irgendwelche Nachrichten und bin so ein bisschen semi erfreut, wenn da ständig mir irgendjemand irgendwas verkaufen will, dass ich irgendwie besser verkaufe, dass ich abnehme, dass ich dies und jenes und alles Mögliche mache. Wie siehst du das so ein bisschen? Welchen Stellenwert hat Social-Media-Sales in diesem ganzen Kontext? Es wird da nicht auch gerade echt viel kaputt gemacht, weil es auch semi-professionelle gibt, die das dahin klatschen und da irgendwelche random Spam-Nachrichten an alle möglichen Leute schicken, ohne dass da irgendeine Systematik oder irgendeine Botschaft dahinter ist. Ja, total. Das ist ja wie jeden Tag Leibgericht. Irgendwann kannst du es nicht mehr sehen. Ja. Also immer mach Fertorte, wie ich es liebevoll nenne, Pizza magst du irgendwann nicht mehr Margarita essen jeden Tag. Und so ist es genau richtig, wie du sagst. Ich habe, glaube ich, irgendwie gerade jeden Tag in meinem Insta-Inbox sieben Leute, die mir neue Reels verkaufen wollen oder neue Bilder verkaufen wollen. Bei LinkedIn geht es genauso gut. Leute, sagen Sie mal, sind da Unternehmer, Sport treiben, abnehmen. Wenn die wüssten, dass ich jeden Tag Sport treibe, Eisbaden tue, dann würde ich mir so einen Mist nicht schreiben. Und da sind wir ja bei dem Thema Automatisiere. Automatisierung macht bei manchen Dingen Sinn und bei manchen eben gar keinen Sinn. Und das siehst du genau da, was du gerade sagst, lieber Philipp. Das sagen mir auch viele meiner Kunden, Top-Kunden im Konzerngeschäft, die sagen, krass, was da so passiert, dass ich gar nicht mehr in LinkedIn reingehe, weil ich so viele Spam-Nachrichten habe. Also die haben schon die Schnauze voll von LinkedIn. Das war am Anfang super bei dem Business-Netzwerk und jetzt dadurch, dass Xing immer schlechter geworden ist, ohne Xing nahetreten zu wollen. Aber die haben die Gruppen abgeschalten und so weiter und so fort. Also Xing ist eine auslaufende Plattform aus meiner Sicht fürs Business. Gehen alle nach LinkedIn und machen dann natürlich genau das, was sie bei Insta tun und Facebook tun. Und Gary Vee, den ich sehr liebe, hat schon vor vielen Jahren gesagt, du kannst nicht denselben Content gleichzeitig so in derselben Form auf Facebook, Insta, Xing, LinkedIn, YouTube verarbeiten. Du musst schon zielgruppenorientiert den umbauen und da hat er recht. Nehmen wir mal als Beispiel, auch wir machen sehr viel und sehr aktiv LinkedIn. Das ist für unser B2B-Geschäft die wichtigste Plattform. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und wir nutzen auch die kompletten, ich glaube 3.100 Wörter sind es, bei Artikeln, wo ich weiß, dass die keiner mehr liest. Warum? Weil sie eben für die Google-Suchmaschine hilfreich sind. So. Und verknüpfen die dann mit dem Blog auf unserer Webseite und so weiter und so weiter. Das kennt ihr alles als digital kompetente Menschen. Aber ich habe nicht den Anspruch, dass es einer liest. So, der überfliegt es. Und ich glaube, wir reden jetzt ja schon wieder von digitalen Detox, wir reden von wieder konzentrieren. Ich glaube auch, dass wir es brauchen. Früher gab es Time-Management-Seminare, Helfrechts-Seminare. Wir haben selber wieder das Slim-Back-High-Performance-Prinzip entwickelt, mit einem Planer, auch bewusst, weil die Leute sagen, man kommt das elektronisch bewusst, händisch. Warum? Damit ich hier aus der Box mal rauskomme und mich wieder damit beschäftige. Und ein Kollege von mir, den ich auch sehr schätze, Volker Busch, Neurowissenschaftler, der hat ja das Buch geschrieben, Kopf frei, und beschreibt in diesem Buch nochmal eben sehr deutlich, wie wenig Konzentration wir noch hinkriegen, nämlich zwölf Sekunden ohne Ablenkung. So wie Endes vorhin gesagt hat, du bist hier konzentriert in einem Meeting, aber da ist gar keiner mehr konzentriert. Der macht nebenher E-Mails, siehst du ja, auf einmal wird es heller, dunkler, der guckt weg. Wie Endes hast du schon gesagt, ich merke das sofort, ob der bei mir ist oder nicht bei mir ist. Es gibt ja auch Software, da kannst du es sogar messen. Ja, solche Geschichten. Und das ist, weil die Leute alle so unter Druck stehen und oder auch meinen wichtig zu sein. Ja, weil das Schöne ist ja, wenn ihr beide und ich mal irgendwann zum lieben Gopp müssen, hoffentlich bleiben wir noch lange, klopf immer auf Holz, ich habe letztes Jahr einen meiner wichtigsten Freunde und Manager mit 58 Herzinfarkt verloren, das hat für mich das Leben nochmal anders dastehen lassen. Dann ersetzen die den hier. Dann gibt es einen anderen Vertriebsexperten, dann gibt es eine andere Digitalkompetenz. Also von daher, nimm dich selber nicht zu wichtig, habe ich im ersten Management-Training gelernt und ich glaube, da sind wir weit von entfernt, um alle ganz wichtig zu sein. Gehen wir mal ein bisschen zurück zu ganz wichtig auf LinkedIn, Martin. Yes, ma'am. Zehn Millionen C-Level-Kontakte. Wie ist deine Meinung? Darf man sein LinkedIn-Konto jemand anders machen lassen oder was würdest du da empfehlen? Machen viele heute, ne? Erstens ist es verboten, laut den Richtigen bei LinkedIn. Zweitens kenne ich Leute, mit denen ich auch spreche, die es auch tun, die aber die Nachrichten dann bekommen, wo ich dann selbst reagiere und sage, da hat mich der und der angeschrieben, hier musst du reagieren. Oder ansonsten, ja, schreib mein Team in meinem Namen, im Sinne von, dass es ich bin und wenn es dann relevant wird, kriege ich das auch, sonst würde ich es gar nicht mehr schaffen. Weil wir machen auch ganz, ganz klar 20 Kontakte. Wir sind auch fast bei den 30.000 angekommen. Wir müssen jetzt wieder anfangen zu sieben, weil ich damals nicht wusste, dass bei 30.000 Kontakten Schluss ist bei LinkedIn. Damals habe ich noch gelernt, Masse verkauft Masse. Heute weiß ich, ich habe lieber 3.000 gezielte CEOs oder meine Zielgruppe, mit denen ich Geschäft mache, als 30.000. Aber das ist ja einfach eine leere Schau. Das ist ja wie Content-Marketing. Früher war Content-Marketing, da schlag vor schlecht hin. Wie gesagt, heute liest keiner mehr die Artikel, weil er gar keine Zeit mehr dazu hat. Also was ich sagen will, wir sind heute Absprungraten bei Webseiten zwei Sekunden, wenn die Webseite nicht gut aufgebaut ist. Das heißt, da ändert sich auch so viel, dass du viel ausprobieren musst. Und wir löschen jetzt auch wieder ganz konsequent eben Teilnehmer. Die sehen das ja nicht, wenn du nicht aufs Profil gehst. Das ist der kleine Trick bei LinkedIn. Den kennen, glaube ich, nicht alle. Wenn ich jetzt Dr. Philipp Ramin aufrufe, da draufgehe, dann sieht er, dass ich ihn gelöscht habe. Wenn ich ihn aber nur in meiner Kontaktliste habe und lösche, sieht er es nicht. Er denkt weiter, ich bin vernetzt oder er ist weiter Follower dann und kriegt mein Content auch weiter angezeigt. Und das sind wir gerade am Machen, weil ich natürlich früher auch Hinz und Kunz angenommen habe. Den Sachbearbeiter im Support bis hinzu, weil ich es nicht besser wusste, weil ich dachte, je mehr sieht erstmal gut aus, der ist bekannt. Und heute fahren wir ganz klar die Strategie, wie du gesagt hast. Meine Kunden sind auch eben CEOs oder CSOs. Ja, und da merkst du auch, wenn du mal eine Handvoll in deinem Kontakten hast und du ja sehen kannst, Kontakte von Kontakt, dann ist es leichter, die zu pitchen und die auch als Kontakt zu bekommen. Und für uns ist LinkedIn wirklich die wichtigste Plattform geworden. Martin, du hast mal gesagt, dass dankbare Menschen 30% produktiver sind als undankbare Menschen. Kannst du das mal ein bisschen näher erklären? Ja, ich glaube keine Statistik oder keine Forschung, die nicht selber gefälscht ist. Detail ist ja auch egal, aber sagen wir mal so als Tendek. Ja, genau. Also es gibt ja ein paar Sachen, die wir alle nicht besser wissen. Guck mal, wie lange wird noch rumgeerzählt hier. Wirkungsgesetz habe ich auch lange gemacht. 55% Körper, 38 Stimme, 7% Inhalt. Morat Mirabin hat dieses Experiment schon zwei Wochen, nachdem es in der Welt war, wieder rufen. Aber heute erzählen immer noch körpersprache Trainer, die keine Ahnung haben, dass es so wäre. Denn du gehst mal davon aus, wenn zwei Chirurgen eine wichtige Herz-OP vorbereiten, dann hoffst du, dass da mehr wie 55% Körpersprache, 38% Stimme und nur 7% Inhalt stattfindet, dass die schon genau wissen, was sie da tun und das gerade absprechen. So. Es kommt eben auf den Kontext an. Und so ist es eben auch. Harvard ist nun mal eben eine der Juden-Universitäten. Und wenn Harvard was schreibt, glauben wir es erst mal. Und es gibt einen Prof in Harvard, der folgendes Experiment gemacht hat. Er hat es noch über 21 Tage gemacht. Da gibt es heute auch neue Studien drüber. Früher haben wir gesagt, Dinge, die du 21, Sean Arnschor heißt der Professor. Wenn du 21 Tage hergehst und einen neuen Habit dir antrainierst, also als Beispiel jeden Morgen 6.05 Uhr aufstehen und du machst vier Runden Atemübungen von Wim Hof, dann machst du das immer. Nein, stimmt nicht. Wir brauchen 66 Tage für einen neuen Habit. Und selbst dann ist es noch keine Garantie. Ja. So. Und Sean Arnschor hat eben festgestellt, dass es in 30 Ländern erforscht mit 21 Tagen, wenn Menschen abends drei Dinge aufgeschrieben haben, für die sie dankbar sind, kam raus. Jetzt lage ich mich nicht mehr genau fest. Ich meine 34% produktiver Verkäufer haben um, ne 37% produktiver Verkäufer haben um 34% mehr Abschlüsse gehabt und Chirurgen haben um 19% besser operiert oder Ärzte um 19% besser operiert. Deswegen sage ich immer so aus Spaß, wenn du nochmal eine OP hast und dein Propofol kriegst, frag den Onkel Doktor, ob er auch Dankbarkeitsübungen macht, sonst überlegst du mal, ob dich gleich operieren lässt. Und ich glaube daran, weil, schau, alle suchen nach Glück, wenn du mal siehst, Big Five for Life oder das Café am Rande der Welt. Das Café am Rande der Welt ist jetzt, glaube ich, 250 Wochen unter den Top 5 Büchern der Welt. Und da siehst du, dass Menschen alle nach Glück suchen. Und wir wissen heute, das Ersatzwort für Glück, nämlich dein Transmitter für Glücksmomente, ist das Wort Dankbarkeit. Und wenn du jeden Abend aufschreibst drei Dinge, wofür du dankbar bist, hast du eine andere Dankbarkeitshaltung. Und ich rede jetzt nicht davon, ich habe gesunde Kinder, ich habe eine tolle Ehefrau oder Ehemann, sondern Kleinigkeiten, wie ich hatte heute einen tollen Podcast mit Philipp und Anne, hat Spaß gemacht. Also wir vergessen oft diese Kleinigkeiten im täglichen Doing, die so selbstverständlich sind. Kann man das vielleicht auch so ein bisschen übersetzen? Ich habe eine positive Grundhaltung, ich weiß die Dinge zu schätzen, die ich habe, was ja auch dann letztlich nicht ein Widerspruch ist zu einer ambitionierten Grundhaltung, dass ich trotzdem weitermache und Gas gebe. Aber das immer aus einer Position der Stärke und des Optimismus. Ist das vielleicht so ein bisschen die pragmatische Übersetzung? Ja, schau, der Punkt ist ja der, wir haben alle dieses Wort bekommen, mentale Stärke, da kannst du irgendwie mehr hören. Aber wir wissen ja nun mal heute, wer sich mit dem Leben beschäftigt, eben dass unsere Geschichte von null bis vier Jahren aufgeschrieben wird. Das Blöde ist nur, wir wissen nicht, was zwischen null und vier Jahren passiert ist. Daher kommt eben schon dein Selbstbewusstsein, dein Mangel des Selbstbewusstseins, deine Unsicherheit, deine Sicherheit, deine Traumata, was dann auch später passiert ist. Und die Frage ist, wie stark beschäftigst du dich mit deiner Persönlichkeit? Ich habe über eine Million Euro in mich investiert in über 30 Jahren an Weiterbildung und Ausbildung und mache das auch noch weiter, weil mir immer wichtig war zu wissen, warum ich so bin, wie ich bin, warum ich so ehrgeizig bin, warum ich in manchen Situationen so reagiere. Und nochmal, das hat auch was mit dem Alter zu tun und natürlich mit Erfahrung zu tun. Die hast du natürlich durchs Alter. Ich werde übernächstes Jahr mein erstes spirituelles Buch schreiben und über meinen spirituellen Weg schreiben, der aber wichtig war übers Business. Ja, schau, das ist relativ einfach. Dann glaube ich eben auch, wenn du keine Geldenergie hast und sagst, Geld ist nicht wichtig, wird Geld nie zu dir kommen. Weil wenn du Geld keinen Magneten gibst, wie sollst du es dann anziehen? Ja, und dann was dafür tun, dass wie Law of Attraction ohne Action funktioniert halt nicht. So nach der Mode, ich meditiere nur, ich werde morgen am Tag erfolgreich. Naja, funktioniert nicht ganz. Wenn wir schon bei dem Thema sind, Martin, muss man ein bisschen mehr Mut im Verkauf haben. Viele haben Angst, abgelehnt zu werden, ein Nein zu hören, sind sehr vorsichtig. Und da warten wir mal ab, wie es sich entwickelt. Wie stehst du dazu? Wir haben es ja gerade wieder gesehen. Ich glaube, ich bringe noch eine zweite Fußballmetapher. Ich glaube, selbst bei Bayern-Fans hat Bayern im letzten Jahr sehr stark verloren. Da haben sie einen sich als Vorstand geholt, der gesagt hat, du brauchst Eier, du brauchst Eier. Und dann haben sie sich darüber gewundert, dass der so emotional ist. Ich glaube, dass du das vorher wusstest bei Olli Kahn. Und ich habe ein schönes Erlebnis mit Olli Kahn. Nicht, weil ich so toll bin, aber da siehst du eben, was solche Menschen, die mit Ablehnung und das konnte Olli gut umgehen können. Und du hast recht, du brauchst eine Resilienz, wie es heute wissenschaftlich so schön heißt. Du brauchst eine Haltung, dass es dir egal ist. Wir haben beide bei einem großen Mobilfunkkonzern gesprochen. Er natürlich das Highlight, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren. Ich Schlussredner, er noch für den Top-Club da. Wir sind beide hinter der Bühne, haben dieselbe sozusagen Kabine. Und ich hatte ihm mein Buch mitgebracht, warum keiner will, dass du nach oben kommst. Und wie ich es trotzdem geschafft habe, habe ich ja schon mal meine Geschichte aufgeschrieben. Aus heutiger Sicht, damals ein bisschen zu früh, aber der Verlag hat mich dazu gebracht. Und dann sagt er doch tatsächlich, habe ich schon längst gelesen. Kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, weil ich dachte, krass, der Typ ist also nicht nur ein guter Fußballer, sondern der beschäftigt sich eben auch mit Weiterbildung, weil es ja ein Mentalbuch war von mir auch. Und ähnlich wie ich sein Buch geschrieben habe, ich will, was ich auch sehr gut fand. Wo er eben sagt, ich habe dreimal am Tag trainiert. Einmal mit der zweiten Mannschaft beim KSC, in der ich gespielt habe. Einmal mit der ersten Mannschaft, die ich nie wollte. Und sein Vater war ja Platzwart beim KSC, was wenige wissen. Der hat mir abends nochmal den Platz unter Regensituationen gesetzt. Und wir haben nochmal eine dritte Runde trainiert. Und wenn du diese Komponenten zusammenbringst, natürlich ist Fleiß wichtig. Natürlich ist Ablehnung wichtig. Ich schaue, ich glaube, dass das heute, ich habe es gerade gestern selber in einem Podcast und auch nochmal in einem Reel gesagt, ich glaube, der größte Erfolgsverhinderer, wenn ich es auf eine Sache runterbreche, ist nicht fehlender Mut, Angst, all diese Themen, die wir auch haben. Selbst wenn du selbstbewusst bist, hast du manchmal Angst oder dir fehlt manchmal der Mut, es dann zu tun, ist, wie wichtig ist es dir, was andere über dich denken. Mhm. Und das ist dein größter Erfolgsverhinderer. Und ich glaube heute wirklich, wenn du es schaffst, wie Jim Rohn so schön gesagt hat, auch das Ding ist ja überstrapaziert worden jetzt in Deutschland. Weil es jeder irgendwann mal aufgestoppt hat. Das Ding ist ja uralt. Jim Rohn, der erste Persönlichkeitsentwickler in den USA, ähnlich wie Joseph Murphy, der immer sagt, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und wenn du es schaffst, in deinem Leben drei bis fünf Menschen zu haben, die dir was bedeutet haben, denen du was bedeutest, bin ich in meiner Welt schon ganz weit vorne. Toll. Wunderbare Aussage, fast schon Schlusswort, aber ganz so weit sind wir nicht. Wir haben nämlich noch zwei Abschlussfragen für dich vorbereitet, lieber Martin. Ich würde mal mit der ersten Frage starten, die lässt dir sehr viel Raum zur Interpretation. Ich würde gerne wissen, was sind für dich in der nächsten Zeit die Top drei Prioritäten? Welche drei Themen haben für dich wirklich oberste Prioritäten? Du kannst sie aussuchen, ob das jetzt so aus der persönlichen Sichtweise, aus deiner unternehmerischen Sichtweise oder vielleicht aus einer ganz anderen, ob du das da beantwortest. Ja, kann ich ganz schnell sagen. Die erste Priorität ist meine Beziehung mit meiner Freundin Elisabeth. Das hat für mich überste Priorität. Ich habe vielleicht Beziehungen nicht immer an erster Stelle in meinem Leben gesetzt. Das steht heute an erster Stelle in meinem Leben. Mein zweiter Punkt ist, ich verkaufe gerade mein Haus am See. Nrw mit Bindestrich geschrieben. Wäre Lust da zu gucken. Ja, ich wandere aus. Ich gehe nach Spanien mit Elisabeth Ende des Jahres. Habe dort eine Immobilie gekauft. Ich tausche also See gegen Meerblick. Aber jetzt in der Stadt und nicht mehr auf dem Land. Und der dritte Faktor, das ist auch neben der Limbeck Group mein Future Business. Limbeck Group, da habe ich Gott sei Dank gute Leute, die jetzt mehr in den Vordergrund rücken. Werde ich meine Mastermind-Gipfelstürme mit Unternehmern nach vorne bringen, weil ich einfach eine Sache gelernt habe. Und das können nur Unternehmer nachvollziehen, wenn ich das sage. Viele Menschen glauben das gar nicht. Wie einsam Unternehmer sind und niemanden haben, mit dem sie reden können. Mal die Hose runterlassen können, mal darüber reden können. Kunde hat nicht gezahlt. Liquidität ist gerade schwierig. Komm an Materialien nicht dran. Steh kurz vor der Pleite. Beziehung zu Hause läuft nicht. Und die Nachbarn immer und die Freunde immer. Du hast ja gute, du bist ja Unternehmer. Und das ist etwas, was deswegen auch das Buch Limbeck Punkt Unternehmer Punkt. Ich möchte mehr als Unternehmercoach unterwegs sein, weil ich glaube, dass da unfassbar viel Bedarf ist. Ja, kann ich so unterschreiben. Also Martin, meine letzte Frage an dich bei Future Skills. Wenn du die priorisieren würdest, welche sollte man lernen? Ja, ganz klar. Automated Reality und KI, wer sich damit nicht beschäftigt wird, ganz klar durchs Raster fallen. Ja, du kommst nicht mehr drum rum. Ich habe gerade einen jungen Mann kennengelernt. Wir haben beide bei einer Beratervereinigung gesprochen und der sagte, es lohnt sich tatsächlich, den Digitalführerschein zum Thema KI bei der IHK zu machen. Ich habe mir das selber angeschaut. Es sind 66 Stunden, dass ich das nochmal mache, weil KI und Automated Reality sind eben nicht wegzudenken. Der zweite Punkt ist wirklich darüber nachzudenken, was macht mein Unternehmen zukunftsträchtig? Ja, also und was muss ich verändern? Wo muss ich flexibel sein? Wo muss ich vielleicht nochmal neu denken? Da offen für zu sein und ich glaube, da auch mehr eben Mitarbeiter mit einzubeziehen, neue Ideen zu haben. Und der dritte Punkt ist, ich brauche ein anderes Führungsverständnis, gerade wenn du Babyboomer wie ich bist. Denn die Generation Z tickt nun mal anders. Und ich sage immer so schön, es gibt keine besseren Menschen. Also nehmen die Menschen, wie sie sind. Es gibt keine besseren. So geht der Spruch. Ich glaube, der war mal von Seneca oder wem, keine Ahnung mehr. Auch ein uralter Spruch, aber gut. Und ich glaube, da tun sich viele mit schwer, diese neue Generation anzunehmen, zu akzeptieren, weil sie ihre Maßstäbe ansetzen. Und das war schon immer kein guter Punkt, weil ich sage das oft zu meiner Geschäftspartnerin heute, Andrea, die mit mir zusammenarbeitet. Ich sage, du guck mal, wenn die so wären wie du oder ich, dann hätten die einen eigenen Laden. Die haben die aber nicht. Denk mal nach, warum? Und es gibt eben Menschen, die wollen keine 100 Stunden, 70 Stunden, 50 Stunden arbeiten. Ob das noch zeitgemäß ist, weiß ich nicht. Ich arbeite halt unfassbar gerne. Und deswegen kannst du ja trotzdem 50, 60 Stunden arbeiten, 70 Stunden arbeiten, ohne im Drehzahlbereich zu sein, was ich früher auch getan habe. Früher habe ich mich auch darüber definiert, wie viele Tage im Kalender stehen. Das ist mir heute alles wurscht. Für mich interessiert nur Projektgeschäfte. Und natürlich brauchen wir alle Spannung und Entspannung. Und da gucke ich heute natürlich auch mehr hin wie früher. Aber weißt du, einer meiner besten Freunde ist vielleicht ein ganz schönes Schlusswort, sagt immer, du kannst ja nicht den verfluchen, der dich zu dem gemacht hat, der du heute bist. Und ich sage immer, das fehlt in vielen Persönlichkeitsentwicklungsseminaren, ob es NLP ist, ob es Frequenz ist, ob es Energiearbeit ist. Nimm doch mal dein Handicap an, also diese schwere Kindheit, vielleicht die Verletzung, das Traumata. Denn es hat dich zu dem gemacht, der du heute bist. Und es hat dich ja auch dahin gebracht. Und jetzt versöhn dich irgendwann damit. Nimm es erstmal an und sag nicht, damals meine böse Kindheit oder mein schlimmer dieses oder jenes. Ich war gerade wieder mit Kinderlachen unterwegs. Wir haben ein Kinderfreizil in Berlin gemacht. Da habe ich mit Kindern zu tun gehabt, die aus Familien geholt worden sind. Teilweise anonym. Wenn du da Dinge hörst, dann glaubst du gar nicht, was Menschen fähig sind. Und trotzdem gehen die teilweise mit 18 dann raus in eine Wohngemeinschaft, machen eine Lehre und sind dann im Leben angekommen, weil sie eben gute Psychologen, Erzieher, Sozialarbeiter um sich herunter haben, die ihnen helfen. Und wie hätten die sich entwickelt, wenn sie in der Familie geblieben wären oder wenn sie es nicht gehabt hätten. Weißt du, das ist so immer schwierig. Unabhängig davon, dass was da passiert, teilweise ich natürlich aufs Schlimmste verurteile. Ganz klar. Und ich stattfinden darf. Steht zu deiner eigenen Geschichte so ein bisschen, ne? Ja. Martin, vielen Dank. Das war eine sehr besondere Folge heute mit dir. Mit ganz vielen neuen, unterschiedlichen Facetten, die wir so auch noch nicht im Podcast hatten. Deswegen danke ich dir wirklich für deine Offenheit und für deine klaren Worte, die wir, glaube ich, in Zeiten wie diesen auch immer mal wieder öfter bräuchten. Vielen lieben Dank, lieber Martin. Dankeschön. Vielen Dank an die Einladung, liebe Anne. Lieber Philipp, hat Spaß gemacht. Also Martin, ich sage mal auch Dankeschön. Das war heute das Gespräch mit dem Mann, der mit und ohne Blei angeln kann, der die Dodos in Deutschland verscheuchen will, der sagt, lächle mehr als alle anderen und den Telefon-Terror Toni wieder ins Leben rufen will. Das war das Gespräch heute mit Martin Limbeck, CEO der Limbeck Group. Martin, you can't email a Handshake, aber virtuell schicken können wir schon. Vielen herzlichen Dank. Und falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einen Vorschlag haben für eine spannende Persönlichkeit in unserem Themenbereich, dann einfach eine E-Mail unter podcast.i4.0.de schicken. Und mit unserem Hashtag Digikompetenz Podcast können Sie verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut. Und diejenigen, die öfters dabei sind, die wissen es eh, Philipp und ich, wir machen Putzelbäume. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleibt digitalkompetent mit Philipp Ramin und Anne Kork.